Ich würde sagen, wir lösen mal irgendeinen Einsatz aus. Fahrzeug 3. So ein Gefahrguteinsatz. Jetzt mache ich Einsatz Stopp und löse jetzt mal ein Gefahrguteinsatz aus. GSG, unbekannter Stoffaustritt. Wo liegt das? Bestimmt hier irgendwo, ne? In dem Müllhaufen. Denke ich jetzt einfach mal. Oder der Bierkasten da ist verseucht. So, das bedeutet, hier nach vier. Ich brauche Rettungsdienst. Äh, hier. Ich brauche den... Ist der... Habe gefahrgut. Und du hast den aufgesattelt? Du bist du der, den ich brauche. Lachen wir den mal. Ich brauche Polymanzei unbedingt. Beide. Beide hier, die müssen hier den Weg absperren. Es ist die Frage, ob von da auch welche kommen. Ah, hier. Die Poller, die waren vorher auch nicht da. Die Poller sind neu hier auf jeden Fall. Man konnte hier vorher so reinfahren. Jetzt müssen wir die umklappen. Ist ja geil. So, die Poller ist da. Du bleibst direkt hier vorne stehen. Du machst hier dicht. Du fährst nach hier und machst... Lässt da einen raus. Äh, nur einen rauslassen. Nur einen rauslassen. Fährst du weiter nach hier und machst hier dicht. Du musst nämlich nach da. Und hier, äh, Personen aufhalten. Nee, stelle ich mir nach hier so. Nach da. Ach so. Ach so, scheiße. Wache 4. Muss auch kommen. Zumindest der ABC Akuna. Nach hier. Ich hoffe sehr, dass das nicht ausbreitet sich. Ach, scheiße. Ich habe den, äh, Dekon vergessen. Mystikok. Mystikok. Jetzt ist die Frage, ist das ansteckend oder ist das nicht ansteckend? Das ist jetzt die Frage. Absetzen. Hol dir mal PA. Vielleicht reicht das ja schon. Wenn wir die unter PA einsammeln können, wäre geil. Dennoch drei weitere, bitte. Oh, jetzt habe ich das hier zugemacht. Upsala. So, schnapp dir mal den da. Und testen wir das direkt. Los geht's. Auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, dass PA reicht. Ansonsten müssen wir warten, bis die zwei C- oder vier CSA-Leute da sind. Mal sehen, ob es ansteckend ist. Werden wir gleich sehen. Was schnappst du denn? So, ich brauche mehr Leute hier. Wache 2 bitte komplett. Unter PA direkt, damit welche, direkt welche haben. So, ist ansteckend. Okay. Wir sammeln die erstmal. Hier sollte keiner mehr langkommen. Hier sollte sich jetzt eine Traube bilden. Dürfte keiner mehr sein, genau. Die müssen wir jetzt allesamt einsammeln. Du schnappst dir den da direkt. Bringst den auch nach hier. So. Du parkst hier so. Zack. Obwohl, das könnte auch unpassend sein. Wollen wir fahren mal ein Stückchen weiter vor. Scheiß drauf. So, und installieren. Passt das. Ups. Kann der da noch wegfahren? Auf den Weg. Fahrzeug 33. Wieso ist das denn so groß? Warte, nee. Dann fahren wir. Fahrzeug 33. Fahrzeug 33. So, absetzen. Fahrzeug 6. Ja. Scheiß drauf. Da er das PA hier nichts bringt, sammelt ihn mal ein alle. Auf den Weg. Muss sich nicht unkontrolliert hier eine Stadt ausbreiten unbedingt. Ist in Arbeit. Muss nicht sein. So, du sammelst den ein. Hören. Hier kommt keiner mehr. Sehr gut. Du schnappst dir den. Gut gemacht. Du bringst den nach hier. Bin unterwegs. Fahrzeug 33. Und fahr du mal nach rein. Schon unterwegs. Okay. ABC Erkunde ist auch unterwegs. So, habe ich hier noch mehr Leute rumlaufen? So. Ihr allesamt. Hier wird sich gesammelt. Ich hoffe, die schaffen das alle rechtzeitig. Der rennt da hinterher sehr gut. Du hast den geschnappt. Finde ich auch gut. Läuft dir denn jetzt noch einer frei rum? Ich glaube nicht. Wenn ja, wäre du... Hm. Aber den kann ich auch nicht ändern. So. Stell dich mal so hin. So. Ihr... Du kannst mal nach Schmischofahren. Ach nee. Stärkst direkt aus. Ihr drei rüstet euch bitte unter CSA aus. Erstmal PA. Aha. Plus 2. Gut. Und ihr baut das Zelt auf. Zack. Aufgebaut. Da steht da ein bisschen Busch und macht nix. So. Wie viele passen da rein? Zwei. Vier. Sechs. Acht. Also die beiden können auch noch gleich mit rein. Auf den Weg. Gut. Habt ihr... Hast du den? Nein. Scheiße. Scheiße. Dreckskurz. So. Ähm. Ihr. Fahrzeug 34. Nach hier. Hopp. Schnell. Bevor hier eine unkontrollierte Ausbreitung geschieht. Hier ist noch einer. Achso. Der läuft... Läuft... Macht einen kleinen Umweg. Kleine. Eine ganz kleine. So. Ihr beide und der CSA. Was das auch immer bringt jetzt noch. Weil die anderen sind ja eh... Ich lebe auf Risiko. So. Ablenken. Nein. Fahr mal rum hier bitte. Ey. Da stehen so ein Blitzen. Das geht ja gar nicht. Ach ja. So. Die sind weg. Eins. Zwei. Zwei. Randa. Ihr euch in... Ihr euch in Sicherheit beglebt. Die sind schon unterwegs. Gut. Du kannst da auch direkt rein. Das passt. Ich hoffe sehr, dass hier jetzt keiner mehr rumläuft. Ansonsten hätte ich Pech gehabt. Würde ich Pech gehabt sagen. So. Seid ihr da? Da steht noch... Alter. Wenn die jetzt auf dem... Oh Gott. Absehziehen. So. Einfangen. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Und du schnappst dir den... Ist das ein Pädophiler oder was? Was macht der da? Das geht ja gar nicht. So. Gut. Schick. Geschafft. Schick, schick. So. Hab ich hier noch einen? Ja. Du kannst direkt ins Zelt rein. Denn... Ach ja. Ich bin auch ein... Mist. Was gibt's? Ich bin doch rein. Ich bin doch rein. Ich bin doch rein. So. Ihr könnt... Ah. Ich brauche... Stimmt. Gut, dass ich mich daran erinnere. Ich brauche ja noch das Dichtmaterial. Okay. Du schnappst dir den da an. Und du gehst jetzt bitte nach hier drüben. Hopp, hopp, hopp. So. Ich hoffe sehr, dass da jetzt kein anderer mehr langläuft. Ansonsten ein klitzekleines Problemchen. So. Da läuft doch noch irgendwo... Ah. Leute. Leute. Dadurch, wenn ich die immer durch die ganze Stadt schleppen müsste. So. Ihr wieder... Bringt euch mal an Sicherheit. Genau so. So. Der... Hast du aufgesattelt? Ja. Gleich. Hopp, hopp, hopp. Wir brauchen dich. Hopp, hopp, hopp. Wir brauchen dich. Wir brauchen nämlich das Dichtmaterial. Es muss hier irgendwie was sein. Da. Die Tonne ist das. Abdichten und dann... Gut. Hier habe ich gut reagiert. Würde ich sagen, die werden sonst auch alle verstrahlt. Habe ich ihn? Ja. Den bringen wir mal nach hier. Ich hoffe, dass der jetzt... Oh, Leute. Ich nab ihn dir. Ich nab ihn dir. Schöner Gefahrgut-Einsatz. Doch, doch. Ist zwar ein bisschen... Mit Hin- und Hergerenne hier zu tun, aber macht nichts. Geht schon. So. Ihr allemamt direkt ins Zelt. Er kann sich auch direkt auf dem Weg ins Zelt machen, bevor es keine Umwege mehr laufen. Der andere kommt da. Ich hoffe, da läuft jetzt keiner mehr. Gut. Dann könnt ihr aufsitzen und erstmal den Verkehr hier freigeben. Fahrzeug 34. Wolltest du den normalen Verkehr immer dran vorbeifahren? Also schau so ein Tiefel an. Ich würde sagen, keiner ist umgekommen bis jetzt. Bis jetzt. Oh, Leute. Fahrzeug 8. Blaulicht und... Auch ein bisschen Blaulicht und ein bisschen Blaulicht. Bisschen blaues Licht. Nein, 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 nein. Fahrzeug 34. Ah, Glück gehabt. So, luck. Okay. Einen brauche ich auf jeden Fall noch. Fahrzeug 34. Ja? Ah, Mist. Auf dem Weg. Der läuft da... Ne, warte mal, das stimmt. Ja? So, du schnappst ja den da weg. Ich will den mal nach hier so. Höre. Auf dem Weg, los geht's. So, du bringst ihn nach da. Höre. Und du bringst ihn jetzt nach hier. Schon unterwegs. Gut. Fahrzeug nach. Das ist mal die Wegfreiboxen hier, oder was? So, du positionierst dich hier so in etwa. Und direkt absatteln. Stehe ein bisschen schief, aber macht nix. Und absatteln. Gut. Du kannst direkt ins Zelt. Auf dem Weg. Höre. Los geht's. Ich glaube, den hier werde ich erstmal an die Polizei übergeben hier. Der ist mir nicht ganz geheuer. Bring ihn mal zur Polizei. Der ist mir nicht geheuer. Der stand am Zaun. Bei der... Bei der Kinnass. Das kann nicht gesund sein. So, du gehst schon direkt ins Zelt, ne? Gut. Dichtmaterial ist vorhanden. Dichtmaterial. Höre. Bin unterwegs. So. Sehr gut. Dann geht ihr beide. Direkt mal dorthin. Bin unterwegs. Gut. Erfolgreich gemeistert. Oh, die Straßenbahn steht im Schauch. Höre. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Fahrzeug 6. Bin unterwegs. Er hat bloß noch sich selbst. So, kann stehen bleiben da. Sehr schön. Gut. Schick. Erstmal nochmal husten, bevor man da reingeht. So, du hast das Dichtmaterial, ne? Dann dichte den mal ab. Tut mal so, als würde ich im Team arbeiten. 2. Steht bei dem auch 2 drauf? Ja. Habe gedacht, da stehen immer unterschiedliche Zahlen drauf. Sehr schön. Guckt euch das an. Wundervul. So, du kannst den abbauen. Dann sagst du Status 2. Status 2. Hier brauchen wir noch einen, bitte. Das LRF ist momentan nicht einsatzbereit. Wahrscheinlich im Gebäude, oder? Ja, sieht nach im Gebäude aus. Gut, denn hier. Status 2. Ja, du rückst bitte TH aus. Ich rückst mich. So. Status 2. Du fängst den auf. Du Status 2. Hatte ich noch mehr im Einsatz? Da, den hatte ich noch im Einsatz. Status 2. Du kannst die durchlassen jetzt. Die können durch. Nein, der Weg nicht. Setz den mal ins Auto da. Du wirst jetzt mitgenommen. So, du Status 2. Ja, auf dem Weg. Und du fährst mal meinetwegen, keine Ahnung, Route 2. Papa. Achso, der andere Polizist kommt, der ist angelaufen, naja. So, und du auch ab nach Haus. So, wo gehört ihr vier hin? Achso, ja klar. So, aufstehen wir es. Ja, ich lasse sie jetzt laufen. Äh, du kannst ihn freilassen und reinsteigen, da. THVU, schwerer Verkehrsunfall, was haben wir? Oh Gott. Einsatz für alle drei. Fahrzeug 24. Und das Zweier. Fahrzeug 2. Und einmal eine Schreife, bitte. Da braucht kein Rüst zu kommen. Äh, da braucht... Äh, 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 äh. Kann ich gar nicht mehr aussprechen. So. Ja, bin unterwegs. So, mittlerweile dürfte das hier schon die Folge am Donnerstag sein, ne, glaube ich? Ich weiß ja nicht, wie ich es schneide, aber ich denke nicht, dass ich hier drei Stunden eine Folge machen werde. Mal sehen, wie viele Folgen hier kommen. Die erste Folge wird auf jeden Fall sein, dass ich, ähm, also bis dahin, wo ich aufgehört habe, oder wo wir fertig waren mit den Änderungen, das wird Folge 1 sein, also die am Dienstag. Und ja. Gut, du kannst auch nach Hause. Was ist eigentlich das Rote hier hinten? Ist ja nichts. Und du stehst ja eigentlich in einer Reihe. Oder ist... Achso, ich verstehe das. Die Map passt nicht ganz. Guck, der fährt ja jetzt auch nicht auf der Straße. Wie sie eingezeichnet ist, sondern links daneben. Also die Straße ist hier eingezeichnet. Also es steht das Feuerhaus quasi hier. Aber die Autos hier. Daher ist der Punkt dahinter. Ich verstehe. Ich verstehe. Du fährst nach da. Nach da. Du fährst einfach bloß geradeaus. Du stellst dich da hin. Und du machst hier. So, absetzig. Einer bitte doppelte Löschbereitschaft herstellen. Und du schneidest. Ja, kann der die Puppe bedienen? Also bringt mir die doppelte Löschbereitschaft echt wenig. Okay. Okay. Ich bin Arzt. Guckst du die an, bitte? Ja, kann... Das war mir irgendwie klar. So, du holst ja auch noch einen Rucksack, bitte. Du übernimmst die und du versorgst, machst erst weiter im Auto. Umlenken. Hallo, umlenken. Liegt nicht. Hier geht das nicht. Ich hab's dabei. Fahr mal beiseite kurz. Ich sag mal, oh ist da. Jetzt lenken. Lenken um. Oder auch nicht. Dann stellst du dich mal fiese. Machen wir ein bisschen Blaulicht an. Ich blänzt jetzt ab. So. Schick. Gut, du den da. Gut, geschafft. Abstreuen müssen schauen wir nicht mehr. Du kannst schon mal... Wie geht's dem? Dem geht's relativ gut. Du kannst schon mal ein Abschleppauto rufen. Wunderpreche, dann kannst du dir den holen. Load and go. Fahrzeug 32 ist in Arbeit. Du fressest dich mal den hier, bis ich zur Seite parken. Wir packen mal so rum, da mein Ding noch ein. Der ist auch doof, ne? So. So ist gut. So, Rinder. Der wird 100 pro Monat als Begleitung brauchen. Wenn nicht, würde es mich wundern. Wie voll ist denn? Wie voll ist denn? Nicht ganz voll. So, wir fahren... 20. Höre im Weg. Okay. Wir fahren immer nur Sonderrechte. Ich hoffe, den hier können wir so transportieren, oder wir müssen da eigentlich bis. Schöner, schneller. So, Feuerwehr kann abrücken. So, du kannst schon mal dein Auto ein bisschen beiseite parken. Hier so an der Seite. Gut, du kannst da frei machen und wir da rein. Wir warten jetzt noch auf den... Oh, hier brauchen wir noch einen Notarzt. Kommt sofort. Ja, um den hier oben habe ich mich ja gar nicht so wirklich richtig gekrät, ne? So, du parkst mal hier so in etwa. Auf dem Taxi-Streifen. Dürfen wir da überhaupt stehen? Ich denke, ne? Falls nicht, dann ist das Pech gehabt. Würde ich fast behaupten. Aber ihr könnt den schon mal in den Rettungswagen einladen, bis der Notarzt da ist. Dann können wir... Steigt der Notarzt nachher bloß mal in den Rettungswagen dazu. Und... Wir... ...bearbeiten den im Rettungswagen des... ...macht sich, glaube ich, besser. So, ab ins Krankenhaus. Oh, und ihr könnt auch Status 2 machen. Gaut! Wir würden den Rettungswagen warten noch auf den Notarzt. Soll das gehen? Oh, mein Handy hat bloß noch 4%. Reicht noch aus. Das reicht ja noch 3 Jahre lang. Nicht. So. Sehr schön. Dann warten wir jetzt noch auf den Rettungswagen. Auf den Notarzt. Und den... Sieht auch schon ganz gut aus. Ich muss sagen, im Verhältnis zur 1.1... ...finde ich... ...sind paar schöne Neuerungen drin. Ich freue mich ja alleine schon über die Poller. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich geil. Das feiere ich immer noch. Aber sonst sind das eigentlich bloß so Schönheitsfehler. Und... ...die Wecke macht so großartig was Neues. Ist ja das Gefahrgut, ne? Jede Menge neue Gefahrgut. Neues Gefahrgut. Ist dazu gekommen, das ist klar. Aber sonst... ...ist das ja nicht ganz so viel. Ah scheiße, macht doch mal dein Ton aus. Machen wir dann blaues Licht aus. Kann dann irgendwann reinsteigen. Und dann... Ups, falsch. So wollte ich. Ah, jetzt fahren wir wieder Seekrankenhaus, ne? Egal, machen wir jetzt Seekrankenhaus. Passt schon. Auch wieder ohne Sonderrechte. Gut. Habt gearbeitet, abgearbeitet. Sehr schön.